Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Facebook vor, mit der ihr das soziale Netzwerk auch auf kleinem Handybildschirm bequem nutzen könnt. Als erstes meldet ihr euch an, was aber nur funktioniert, wenn ihr bereits ein registriertes Mitglied seid. Dazu müsst ihr mindestens 13 Jahre alt sein. Jetzt kommt ihr direkt auf die Seite mit den ganzen Neuigkeiten eurer Freunde. Wenn ihr selbst einen Eintrag oder wie es Facebook auch nennt, einen Post machen möchtet, dann geht ihr hier oben auf Status und teilt eure Neuigkeit mit den anderen. Um ein Foto hochzuladen, geht ihr einfach auf den Menüpunkt Foto. Denkt daran, dass Facebook bei jedem Post euren Standort mitschickt. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr diese Funktion aber abstellen. Vermutlich erkennt ihr die weiteren Funktionen schnell wieder, da es ja genau dieselben sind wie auf der Desktop-Version von Facebook. Also über Freundschaftsanfragen, Nachrichten und weitere Neuigkeiten werdet ihr hier benachrichtigt. Ganz links findet ihr einen Überblick über alle wichtigen Facebook-Funktionen sowie eure persönlichen Kontoeinstellungen. Und mehr Infos zur App Facebook findet ihr natürlich auch im Apps-und-Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.